Ich hab grad nen heimlichen Cut gemacht. Ja, was ist denn so aus? Hm, wo ist die Taste? Ah, Muschel, hierbleiben. Ich hab nen heimlichen Cut gemacht, es ist doch nicht mehr heimlich. Naja, wenn du jetzt die Uhr gesprochen hast, dachte ich mir, ja, ich lass drauf. Ja... Jo, Leute, wir sind im dritten Kapitel. Ja, lass rauskratzen. Ich dich auch. Ja, ich dich mehr. Boomer, Boomer. Deine Mom, deine Mom. Ja, das kann auch sein. So, ich spezialisier mich jetzt auf Nahkampf. Du, ich spezialisier mich das doch vorstellen. Diese Autobahn führt zur Brücke. Autobahn. Deine Mom. Ich hab Räder. Ich bin Auto. Ich hab nen Zwei-Fuß-Antrieb. Pfeffer-Kuh und so. Was denn? Es gibt Menschen, die haben keine Füße. Wie ich, gell? Nein, du hast schöne Füße. Aber ich will deine Füße küssen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Oh, und so. Jetzt nicht mehr. Ich bin Assi. Hey, lass uns in Ruhe. Meine Kotze. Lass uns in Ruhe. Meine Kotze. Ich kann dir auch Kotze gehen, Schatze. Wie? Hilfe! Nee, lass mal. Ich merk schon, nee. Nee. Boah. Danke, mein Engel. Danke. Danke. Das ist ein intensives Erlebnis, das ich nicht wiederholen möchte. Danke, mein Engel. Danke. Guck mal Hand an. Halt noch, Halt noch, Halt noch. Halt noch, Halt noch. Halt noch. Booba, Booba. Alice, Alice. Deine Mom, Deine Mom. Bitte, ich danke, Mom. Boah. Boah, ich leg mich noch nicht vorab gestoppen. Au. Nee. Guck dir. Boah, wir haben beide Beine weggeschossen, ey. Alter. Boah, netzeln. Ich bin jetzt Brand-Money. Ja, ich hab zu tun. Ja, ich auch. Alter. Ich komme. Hau. 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 Guck diese Hure. Hau. So, wo waren? Wann denn? Hier drin, ne? Äh. Weil wir gerade eben noch standen, sind alle genau hinter mir. Huu komm, wir sind gerade vom Einwuchs von der ersten zum nächsten Woche wieder weg. Wir sind dann am anderen, wenn wir in dieser Map und warten da auf dich. Lass dich auf dich doch gerettet. Danke. Bitte. Man geht nicht durchs Fenster, es ist ungesund, da könnte man Beine und Arme verlieren. Danke. Das sah jetzt von hinten lustig aus. Ich meine, dieser Arsch, wie kann er das wagen? Ein bisschen was Grinsen verkneißen, ne? Liebwittig. Boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich soll das spüren aber nicht. Achtung, Glocke. Ne, egal. Geh, hast du dich nochmal anders entschieden? Eins. Unsers. Eins. Unsers. Eins. Da ist mir auch was übrig. Ja, wenn ich sage unsers, dann teilen wir uns das ja, oder? Ja. Deswegen, er mach ich. Lauf. Das ist okay? Ja. So schon? Immer noch für uns, Josh. Oh, was denn? So, ich kann nicht Voyager wissen wie ich so. Ich muss nicht mehr wissen. Aber ich wüsste, ich verstehe auch nicht. Und so, ich schrebe es wieder raus. fahrrad ein paar händler an in der oder unter die Fertz also ich bin auch noch sein ein paar Wochen zum zu mir ein beschissener schütze ich hab dich gerettet schwanz salat musste hat so leichter hat meine güte ich ist nicht drauf gekommen ich habe jetzt die klare aktivieren so schön ist ja auch nicht aber das wird noch scheiß drauf muss man es mir auch behaben das sieht geil aus ich soll genau so stehen alter linken ich sehe es deswegen sieht es ja so geil aus das 3 ist ich habe vor dem weil ich mich nicht mehr ich bin schon wach ich hab nur noch auf gut lachy und so getroffen jetzt gehe ich mit dem m16 mal ein bisschen taktisch vor war nicht die wird ja ich bin abgebildet im Penner ich höre ich geht taktisch neu bereiten hat auch funktioniert so ein Zeichen So, das mache ich nicht. Ich dachte mir, er ist kein Starge, ey. Wie. Wie sehr. Na ja, okay. Ich war nicht wachsitzig. Ich will nicht verstehen, weil ich dich begegnet habe. Da. Ich hatte gerade eben meine Branche hier aufgebracht. Keine Sorge, da fährt's die von Mali. Ja, da hat's schon voll hatte Branche. Ja, ist mir egal. Wenn da jetzt eine Horde kommt, dann brennt die auch gleich. Außerdem wollte ich auch mal meinen Wurfgeschoss anwenden. Ah. Ah, voll ins Knie. Guck mal, da ist Mali. Meins. Ah, fuck. Ah, guck mal, Pipe. Meins. Na ja, man hat. Lade nach. Hat ich mich stolz? Nein. Lade nach. Nope, Veil. Nope, Piib-Pi. Pipe piep. Barm piep. Äh. Schul sch sommig vor, rauf. Häh ich f occurring, hab mal Angst vor. Programmi taps. Aua! Aua! Wir haben weiter jetzt! Und dann müssen wir in Hessen sein! Bitte! Junge, hör mit dem Scheiß auf! Nie, wittig! Ist ja ok! Aua! Aua! Heute ist schon ein Bereich! Ja, Gott! Ja, komm! Wieso sagt man so niemand, dass ich... was gestehe? Du hast es nicht gesehen. Danke! Ne, Pelle, rennen wir jetzt immer wieder rein! Warte, ich geh nicht hin! Hallo, Schatze! Hallo, Schatze! Die wird dich! Dich auch! Bitte! Ja! Schön für dich! Du weißt du schon, hier nach Brandmonition, oder? Ich verwende Brandmonition, oder? Aber... Ja, Schatz! Ja, Schatz! Ja! Ja! Oh ja, euer! Von allen eurer... Genau! Nein, wir sind erst bei 10 Minuten. Ja, 15 Minuten waren die, oder? Ja. Ja. Die anderen zwei dann hochladen, die anderen zwei trotzdem. Was ist eigentlich mein Ablaufplan? Oh, wir sind hier liegen, wo ich den aufsehe. Dann hab ich schon mal meinen Arsch geschaut. Geil! Hoffentlich, ich klipp doch ein bisschen AA dran, damit ich die ablecken kann. Boah. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ja, Leute, wir haben ganz kranke sexuelle Neigungen. Einstrieb. Hm? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Boah. Du hast dann eine Machete im Kampf. Sonst, wie laufen jetzt hier alle mit Machete rum? Die meisten Kids zu sitzen kommen. Ja, wer am meisten Nahkampfkeits hatte, oder wie? Ja. Ja. Deswegen glaub ich schon. Gut. Bin dabei. Ja. Alter, lasst mich mal die Zombies da! Also ist sie rot. ich sehe nichts wieso siehst du meine Mom ich stehe nicht reibst du ihre Moschee hinüber es wird ja hallo wie bist du eine knuffige kleine süße Fassel boah was ist ein kleines Loch alter ja ich liebe dich äh welchen welchen boah sorry ich weiß aber unten wär ich gewesen deswegen ja wenn ähm sieh nein Hatsi bleib doch mal bitte in der Ecke nie lasse ich bin auf der Ecke boah alter Ritzen passt immer nicht an mir vorbei boah das war aber mal ein krasser Quickie hier nicht das war so ein kurzes Ergebnis h du hast ja nur noch geklingelt von der äh von dem Marete weißt du ja ja h h hey Munition an so kann stoppen vergessen ja wir sind es wird die anderen die sind bereit nach wenn keine Anforderungen kommen ... und hab ich schon abgeschickt. Bereiiiiiik. Hhhhhhh. Boah. Ich hab' da Kopf abgesiegt. Oh. Nice. Niiice. So. Ich bin soweit. ich nehme das jetzt ja denn der wenigstens das war auch mal ein paar zundervolle die alle dann bestimmt nicht ja bei dir kotzkotz wird als klammer schätze wieder an es ist ein weiteres die Donner der Dotsdam die Kälte schlussendurch wenn die Leichen dritten Wir müssen uns hier wieder rüber liegen Okay, klar. Würde ich nicht sagen Hm? Ah, was willst du denn schon wieder? Was sagst du? Das ist kein Rattenschieses, das ist ein Fotoschieses Und ja, von der Tür hat doch eine Klinker Na, halt Ach komm, ja, komm hier Ich wollte dir halt helfen Oh, ich weiß nicht Ah, eh Was ist denn? Dann kannst du die Tür auch wieder zu machen Ja, wir sind immer noch am Aufnehmen Oh, ich weiß Oh, ich weiß Oh, ich weiß Oh, ich weiß ein gewicht mann sie mit dem Ding woanders hin ich mag's nicht wenn man mir den Arsch schießt boah hinter dir oh Tank Tank lass mich raus ich muss da gehen wer können den Autos? ich hab mich grad auf Feind gestellt ja komm ich hab jetzt in der Sterbenklocken sogar bloß selber wie wir hier alle den gleichen Zombie übersehen ich dachte irgendjemand macht den Schlauen naja die sind alle doch vorbei gerannt das ist halt das haben sie gemacht ja so aber WUH WUH